Na, nicht holz dir. Na, das ist gut. Gibt's hier noch was? Ja, ja, vermisse mal die frische Luft. Holz dir! Ohne! Ohne! Okay, oh, Truhe. Ah, ah, Truhe. Oh, ich mag Truhen. Nimm. Totenbeschwörer, Lehrling. Ah, warte mal. Bücher. Totenbeschwörer, Lehrling. Nein, bei Untoten zielen 15 Schadenspunkte pro Sekunde, aber nicht bei Leben erwiesen. Atmen, Narchen oder Konstrukten. Cool. Hihihi. Gold. Zaubertrankte Ausdauer. Okay, mehr brauchen wir nicht. Da ist auch nichts mehr drin in den Truhen heutzutage. Mein lieber Herr Gesangzverein. Okay, gibt's hier auf der anderen Seite noch was? Nein, nur eine Treppe nach oben. Ben. Oh ja. Da? So, wo hat der Ausdauer? Oh. Magiker Heilung. Ah. Okay. Hm. Zu, mach auf. Okay, wie kommt man da raus? Äh. Hebel. Hebel. Seil. Hebel. Hm. Nein. Nein. Das ist ein Arschhäuschen. Nein. Gold. Ha. Okay. Oh, Truhe. Leer. Leer, leer, leer. Ohne, ohne. Ohne, ohne. Ohne. Oh. Da. Ebel. Wer ist da? Ja. Du kommst her. Ja. Und brennen. Brennen. Wer ist da? Da ist noch einer. Ah. Ja. Ja. Du. Danke. Hehehe. Hehehe. Hm. Gold. Kleiner Seenstein. Hm. Dich nehme ich auch nochmal mit. Gold. So. Okay. Ich glaube, jetzt können wir aber auch raus. Ja. Es ist offen. Hü. Oh, Eureka. Okay. Also, wir jetzt hier. Doch nicht raus. Kommst du? Danke. Danke. Wer ist da? Da ist ein Skelett. Oh. Oh, 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 Skelette. Hallo? Sind auch noch Skelette da unten? Oder was? Da. Wer ist da? Ja. Ja, hau mal auf deinem Schild, du. Ach, du ahnst es nicht. wer bist du denn man hätte ich noch mal einmal zwischendurch ich habe doch noch irgendwo ich habe noch aufgenommen welche aufgenommen wo sind die denn da sauber dran der heilung der kleinheilung habe ich noch was anderes nein okay die hier ok wenn der hier war dann gibt es ja bestimmt auch noch irgendein bestimmten Wort. Meistens so. Der konnte nämlich auch ein Wort. Das heißt, hier gibt es irgendwo eins. Todesglockenblume. Objekte. Zutaten. Anfertigkeit für Frost. Nein, nein, nein. Nein, nein. Oh, da ist unbekannt. Nagisches Leintuch. Ausdauer, wie der Hersteller entdeckt, okay. Okay. Hatte ich schon mal Todesglockenblume? Na gut, okay. Okay, Ascherhaufen brauchen wir nicht. Skelett brauchen wir auch nicht. Okay, aber wo konnte dann jetzt hier ein Wort sein? Erstmal muss ich mich noch mal heilen. Heilung. Hm, hier? Nein. Die Herstellung auf 32 und Level Up. Huah. Ha. Okay, neue Stufe. Gesundheit nehmen wir mal ein bisschen. Diese Störung bringt mir hier erstmal nichts. Die Herstellung. Nein. Was könnte ich denn noch nehmen? Was für Veränderung, Verzauberung? Nein, nein. Na, Schwerrüstung. Einhändig. Großartig auch noch nichts. Schießkunst. Nein. Leichte Rüstung. Schleichen. Schlossknackenbrunnen auch erstmal nicht. Alchemie. Das ist so schwer. Ich weiß nicht, welches Talent ich nehmen soll. Glocken. Ne, ein Handy. Was habe ich denn in der Doppelwirbel? Mächtige Angriffe mit Einhandwaffen. Gemetzel? Nein, brauche ich nicht. Einhandwaffen. Oh, okay, das nämlich. Das ist gut. Dann nehme ich das. Einhandwaffen verursachen mehr Schaden. Da ist der Truhe. Oh. Zauberbuch. Steinhaut. Kenn ich schon. Glaube ich. Oh nee. Muss nochmal gucken. Ich glaube, das kenne ich aber schon. Bücher? Äh. Ja. Okay. Dann wird das nachher verkauft. Da ist das Wort. Komm schon. Äh. Worte macht gelehrt. Ausdauer, Lebenskraft entziehen. Okay. Na gut. Ausdauer, Lebenskraft entziehen. Was haben wir hier hinten noch? Eisen, zwei Hände der Verminderung. Eisenkriegsachs des Frostes. Ja, dann können wir nochmal entzaubern. Geld, Geld. Geld? Ah. Magie. Schreie. Oh. Zeitverlangen. Zeitverlangen. Lebenskraft entziehen. Ah. Auch gut. Ah. Sehr schön. Wird man langsam Zeit für einen stärkeren Feuerzauber hier. Okay. Weisentür. Gehen wir mal raus. Da. Da sehe ich sie schon. Brrrr. Ziel Himmelsrand. Ha. Gut. Das Labyrinth, wie das Labyrinthium bekannt ist, wurde in der ersten Ära durch Erzmagier Schalidor erbaut, obwohl die Urin selbst viel älter sind. Es ist so schön, wieder zu öffnen. Oh. Bei diesem Wetter ist es besser als dir. Okay. Okay, wo sind wir denn? Da hinten. Oh. Oh. Hey, das ist doch gut. Da könnte ich dann noch gleich direkt da hingehen und kann da auf den Weg dann im Prinzip so. Nein, da auf jeden Fall nicht, so da und da und so, ne? Ja. Das ist gut. Dann drehen wir uns da mal in die Richtung, oh mal da aufstehen, in die Richtung geht es natürlich noch ein Drache. Wir speichern erst mal ab. Nochmal. Hier, Himmelsrand, speichern. Da vorne kommt auf jeden Fall gleich noch mal ein Drache bestimmt. Da laufen wir so ziemlich fast rein. Ich habe noch Heilung angelegt. Holzpelz. Holzpelz. Okay. Da ist die Straße. Ach, die Straße. Ist doch, glaube ich, die Straße. Naja, zumindest eine Trappelfahrt. Guckst du? Danke. Oh. Ja, nein. Oh. 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 Oh, Säbelzartige Auge. Oh, da hinten ist doch ein Schrein. Da oben. Da kann ich noch mal hingehen. Den kann ich noch mal mit einem sammeln. Hallo. Oh. Aber klar, dass er noch ein Badit ist. Der Fürstenstein entdeckt. Das wird doch eine Leere sein. Das wird doch keine Leere sein. Geld. Eisenpfeile. Puh. Okay. Okay. Fürstenstein. Wer unter dem Zeichen der Fürsten steht, ist resistenter gegen Magikerschaden und Füßensschaden. Oh, das ist gut. Das ist gut. Den nehme ich. Resistenz ist immer gut. Okay. Sind wir denn jetzt? Da hinten. Weil wir müssen da oben. Wenn. Dann gehen wir da mal hin. In der Hoffnung, dass wir uns da nachher nicht irgendwie im Schlund des Drachens begeben und der uns massakriert. So, da oben ist noch irgendwas. Da können wir nochmal hin. Schreit von Mirones Dragon entdeckt. Der sieht böse aus. Schlüssel erforderlich. Okay, da kommen wir gar nicht rein. Das ist schon mal gut. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Die müssen nicht auf den Arsch vorkommen. Da hinten kommen hier. Da ist so hoch und jetzt sieht es so rüber. Was will der Kerl eigentlich? So doof oder was? Wir müssen da in die Richtung. Gehen wir einfach mal den Berg hier runter. Zack. Auf dass wir den nächsten Berg dann nachher hochklettern können. Wieder. Au. Zack. Und zack. Und zack. Und zack. Und zack. Ja, war schon. Ich habe aber ganz schön verschneit heute. Oh, hier sind wir schon mal vorbeigekommen. Ja, das ist schon mal richtig. Ist noch mal ein Lager der Sturmmittel. Da können wir nochmal dran vorbeischauen. Gucken, was der so tolles da hat. Na, da können wir schön noch durch die Gegend schlendern. Da sieht auch gar nichts bei dem Wetter. Ja, gar nichts, sag ich euch. Gar nichts. Da ist die Bärentatze. Da oben. Ja, würde ich da wieder um den Berg hoch? Tatsache. Ja, du bist außer Puste. Ich weiß. Bärentatze. Bärentatze. Wow, doch nicht da. Na gut. Ich habe da so wenig Ausdauer. Ich mache auch noch mehr Ausdauer. Da ist das Lager. Da ist es doch. Hey, da kann ich... Vielleicht kann ich ja auch ein bisschen verkaufen. Obwohl, glaube ich, ein Jahr weniger. Guten Tag. Ah, Quartiermeister. Ha, das ist doch schon mal gut. So, was kann ich denn? Das kann ich nochmal... Wollte ich nochmal entzaubern? Ah, ne, ich glaube, die habe ich schon. Ne, das weg. Ah. Ah, ah, ah. Ne, da noch was, was wir verkaufen können? Nein. So, Bekleidung. Das können wir verkaufen. Das haben... Meine Güte. Ich brauche nichts. So. Sonstiges. Das kann weg. Das kann einfach weg. Das kann auch weg. Das brauche ich auch nicht. Das brauche ich auch erstmal nicht. Das wäre jetzt schon Metallbarren. Das müssen wir auch einmal weg. So, Holzkohle. Das ist dann ein Wrettlos. Eisenerz. So. Wenn wir mal ein bisschen Platz kriegen hier. So, Eisenpfeile. Die haben kein Gewicht. Die haben auch kein Gewicht. Die haben auch kein Gewicht. Aber die können wir... Hm, bringen auch kein Geld. Eisenpfeile bringt auch nichts. Also es ist egal. Die können wir auch ruhig hier drin lassen. Schade. Hast du noch was? Ja, das kann ich erübrigen. Ist doch was für mich. Bestimmt nicht, ne? Jagdbogen der Schwächung. Nein. Nein, 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 nein. Oh? Stahlschild der Blitze. Nein. 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 Zweigenkriegshammer dafür Zweiflung. Hm. Bekleidung. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Beschwörung kostet 17% weniger Magiker. Hm. Nein. Ah, nein, nein. Steigert die Frostresistenz um 30%. Uh. Das ist gut. Das nehme ich auch nochmal mal. Frostresistenz ist gut. Äh. Bekleidung. Stahlstiefel. Nicht weg. So. Hahaha. Mit Zwegen wirst du nicht mehr passt. Brrrr. Das ist sexy. Kämpft Wacker oder sterbt. Aha. Das ist die, die sie los. Hihihihi. Nur noch eine anständige Brust und dann bastert schon. Hihihihi. Okay. Das muss also das wunderschöne Wetter von Himmelsmann sein. Oh. Eichel. Alchemie. Gehen wir nochmal hier gucken. Haben wir da noch Heidltränke, die wir herstellen können? Nee, ne? Nein. Ausdauer-Gesundheit wiederherstellen. Okay. Zaubertrank-Gesundheit verstärken. Okay. Gesundheit verstärken. Nein. Nicht verenden. Zutaten. Nasenpilz. Gesundheit wiederherstellen. Ja. Einfälligkeit wiederherstellen. In eine Höhle. Nur weg von hier. Oh. Oh. Fehlgeschlagen. Ja, das war nur einer. Ach, Unsichtbarkeit. Ach. Da, okay. Da habe ich alles. Okay, doch nicht. Äh. Fehlgeschlagen. Fehlgeschlagen. Knochenmehl. Fehlgeschlagen. Okay. Dieselzweig. Auch nix. Auch nix. Ah. Giftresistenz. Ah. Das ist doch schon mal gut. Ausdauer senken. Fehlgeschlagen. Oh. Fehlgeschlagen. Mora Tavinella. So. Lustige Namen. Ich habe hier aber auch Zutaten hier. Okay. Na ja, immerhin. Ein bisschen habe ich ja schon mal wieder, ne? Trollfett. Ah. Zwegenöl. Ah. Zwegenöl und Vampirstaub. Hihi. Okay. Und Zwegenöl. Und die violette Blume. Ah. Oh. Vampirstaub. Totesglocke. Und. Zwegenöl. Ah. Egal. Alchemie beenden. Erstmal beenden wir wieder. Gibt es hier noch? Können wir hier noch? Oh. Ja. Euch geht so schlecht. Oh. Es geht euch so schlecht. Was haltet ihr von all dem? Gar nix. Eines Nachts ist mein Cousin verschwunden. Manche sagen, die Talmoor hätten sich gesuelt. Okay. Es hat nicht lange gedauert, bis ich unter Ulfreichs banner marschierte. Oh. Oh. Ruhe durchsuchen. Gold. Ah. Das ist ja nicht. Jetzt nehmen wir mal mit. Ganz unauffällig. So. Wir haben können ja geradeaus nach Osten Graf gehen. Das können wir ja noch machen. Und dann gehen wir nochmal hin. Und dann gehen wir nochmal hin.